Oh, die sind sogar gut gegen. Aber Teammates... Ist der... Bist du da, Bippe? Geil, Alter. Zerstört worden. Und die sind schon stark. Unsere Spawns, Alter. Social Distancing. Wunderschwein. Stellung abgeriegelt. Was machst du denn? Wir können alle rausnehmen. Ja, wir können alle rausnehmen. Stellung umkämpft. Oha, ich bin doch schon lange, was? Später Brecky. Einer von uns, glaub. Stellung verloren. Stellung gehört wohl. Stellung gehört wohl. Nein! Stellung verloren. Stellung abgeriegelt. Stellung abgeriegelt. Stellung abgeriegelt. Stellung umkämpft. Stellung verloren. Stellung Farber. Seh, Meter rausnehmen. Goldschwein. Sag, da soll er weinen rausnehmen oder hoi zukommen desses aussagen? payloadschwein maschlein da File-EM-K Quietscheinfeld? Ich habe zwei Kitschen. Okay. Ah, eine Tabel. Tabel wie Weak. Grund, Grund, Grund. Nice. Ausstellung umkämpft. Ah, one shot cut. Ausstellung umkämpft. Das muss ich nur rotieren. Ui. Alter, der Eidlex. So heftig. Hey, aber Alter. Das ist nicht normal. Feindliche Blitzschlag. Ziele Erfassung. Jawohl. Ich bin doch schon... Stellung verloren. Die Stellung gehört uns. Jawohl. Sicherer Spawns. Die Feinde haben die Stellung erobert. Einer ist der Top-Satellite. Jedesmal das gleiche. Aber ich hatte den besten Spawn. Ich bin im Punk gespawnt. Nice. Da. Ich kann nicht mehr fern und zurück. Ich habe nur Gliedwaves. Ich kann nicht mehr auch, wie es ist. Ich kann nicht mehr schlafen. Ich kann nicht mehr schlafen. Ich kann nicht mehr schlafen, wie es ist. Ich habe doch ein Glas gewechselt. Achtung. Feindlicher Zerbrus unterwegs. Feinde haben die Stellung. Befehlungen abgeriegelt. Fuch. Huch. Hellstorm erwartet befehle. Komm mit! Wir können nichts hier ohne. Wir nehmen aber Waffen. Das erwartet Befehle. Ich preaim doch das, Mann! Feinde haben die Stellung. Oh, du Hundesohm. Get fucked, Alter. Ey, aber... Ich bin so schlecht. Ich habe aber 8 Leute angeschossen. Stellung abgeriegelt. Erledigt. Stellung abgeriegelt. Stellung abgeriegelt. Stellung identifiziert. Einer ist gerade reingelaufen dort. Feinde haben die Stellung. Ja, rip it me all. Mann, was ist das für ein Aufstock? Stellung gehört uns. Stellung umgekämpft. Scheisse. Schmeckt. Du musst einfach nur über den Griff gehen. Ach... Ich muss nur noch zu kurz sein. Stellung verloren. Stellung gehört uns. Ah, One-Shot. One-Shot in der Stellung dahinter. Im Contest-Spot. So, es sind nur zwei, wie drei. Hey, ich bin... Ah, ich treffe nichts! Jo, du Bundesum! Fester! Aua! Ah, zwei Bunker, zwei Bunker! Warte, ich soll ihn machen. Nein, Gott, nicht stellig, hallo? Ey, Alter, jetzt fust du eine Spawnhülle! Ich sehe ihn nicht einmal! Alter, ich bin so schlacht! Was macht ich mit ihm? Overwatch! Stellung gehört uns! Stellung umkämpft! Stellung umkämpft! Stellung umkämpft! Einer hinter Satellite! Satellite, weg! Einer hinter Satellite, weg! Nein, Alter! Ah, drei Satellite von Overwatch! Stellung umkämpft! Stellung umkämpft! Stellung umkämpft! Stellung umkämpft! Ah, es sind schon zwei denn! Stellung umkämpft! 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 Nein, ich habe zwei Top da oben! Stellung umkämpft! Nice, nice! Leute, geil! Ha! Alter! Perfekt! Die ganze Runde in die Mitte läuft! Einer, drei Mitte! Drei Mitte! Drei Mitte! Drei Mitte! Die Mitte hinter oben? Ja! Noch zwei! Noch zwei! Drei Mitte! Stellung umkämpft! Nein, jawoll! Du, halt sie! Und du! Das ist schon gut! Oh, das ist weg draußen! Stellung identifiziert! Feinde haben die Stellung erobert! Nein, ich bin der Testspot! Stellung abgeriegelt! Stellung verlust! Das kann man sein von der anderen Seite! Uff! Kommen alle! Das ist schwer! Ich flog! Hahahaha! Sack! Alter! Ich kann mich fucking 2, 25, 25 bringen! Bis zur Runde in mir! 11! Weiß ich was gestanden! Da hab ich mir einigen! Einmal durchgefunden! Das ist doch fair! Haha! Der Flasherkoll! 4! 5! Warte! Der Cynical 225! Da hieß es! Gleich ist hier alles durchlöchert! Und ich hatte ein Teammate! Ich war glücklich! Mhm! Der Bau wie? Der hat ein paar Mal so triple kill und so scheiss gemacht! Entschuldigung war dasităt! Und ich habe michily über Sie,